So Mike, mich führt meine Reise heute nach Schiedlberg, genauer gesagt in den Hühnerstall der Familie Huber. Schauen wir mal. Was sind denn das für spezielle Hühner hier bei Ihnen? Das sind Wildhühner. Die Rasse kommt von Frankreich und sie brauchen auch länger zum Wachsen und durch das, dass sie länger wachsen, haben sie ein besseres Fleisch. Das Fleisch, schmeckt das dann anders? Das Fleisch hat einen Eigengeschmack und man braucht die Händel im Prinzip nur mal salzen. Man braucht kein Händelgewürz dazu. Was für ein Fressen bekommen Sie? Das eigene Futter von unseren Feldern, die wir rundherum haben und wir machen das Futter auch selber. Jetzt wissen wir durch das, wissen wir auch, was drinnen ist. Was für ein Futter von unseren Feldern, die wir rundherum haben.